Wie heißt die Mission? Lightfoot Babys. Wo ist denn jetzt das letzte? Haben wir schon eins durch? Wow, ich glaube ich habe gerade irgendwie eins durchgekriegt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der Baby! Ach nee, es sind sogar alle drei! Die haben sich ineinander geglitscht! Ja super! Bist du fertig jetzt? Noch lange nicht! Was ist das? 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 Das wäre sogar eine Sache, die ich Fox zutrauen könnte. Was ist das? Na komm! Wie Gott das! Jetzt nur keinen Fehler machen! Was ist das? Ach wirklich! Ach Tricky! Jetzt nicht! Das hat er Hunger! Nein! Er will spielen! Eieieiei! Es ist natürlich wie immer das Letzte, das einem auf die Nerven fällt. Immer! Ja! Hast du es? Will ich denn Seriously sagen? Naja! Gleich! Ich bin gleich! Ich bin echt klar! Dann machen sie schon mal. Ich bin echt, das ist ja Parr. Ich bin echt zusammen! Ich bin echt zufrieden, denn es gibt ein Starmer! Ja, ist so schön, du musst nur ein bisschen aggressiv werden. Ja, ist so schön, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Ja, ist so schön, du musst, du musst. Here is your reward! Nice! Here is your reward! And what? Bläh! Cheatmanzaaa! Hurra! So, das bringt mich aber immer noch nicht zu dem Point, wie ich da hinten die Dings auch kriege. Joa. Musst denn jetzt zu den Mama's gehen und die machen's auch? Ich war doch gerade bei beiden. Allerdings kann ich nicht mehr mitnehmen. Aber das Lichtchen hier, oder? Nee. So. We got the G-Token. Na ja, machen wir mal mit dem Level weiter. Nein! Böses Zubat! Böses Zubat! Und Hi-Chat. Oh Gott. Hiuuu. Viel tief! Neee. Au! Au! Oh, da fehlt noch ein Au! Wir wollen ja hier voll korrekt bleiben oder so. Und jetzt kommt der Part, den ich scheiße finde. War nicht der da vorher schon bescheiden? Riecht. Ja, aber das hier wird jetzt schlimmer. Schlimmer geht immer. Schlimmer. 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 Schweppl! 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 Wir müssen eine riesige Schlange zusammenziehen! Nee! Okay. Dann streng ich mal an. Und Rory, I did it. Was ist jetzt schon der Ort, wo ich mir denke, dass es der war? Wenn ja, dann wird es jetzt richtig scheiße und richtig lange dauern. Keine Ahnung, ob es der Ort war, den wir gedenken haben. Tog und Tog und Tog. Das ist der Ort war. Also wenn das der Kasora auf 4 ist, dann mal gucken, ob das mit dem neuen Gamecubecontroller besser funktioniert. Hm. Das Level sieht jetzt schon so aus, als wäre es der Tempel of Fear. Nice. Es ist sogar der Tempel of Fear. Ja. Ja. Nein! 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 Zu langsam, zu schnell, einfach nur ganz... Option Nummer 2. Zu schnell. Zu langsam! Naja, wie gesagt, zu schnell. Oh Gott, jetzt kommt der da. Okay. Nein! 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 Äh! Rob, bitte! Lass mich! Komm, 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 komm! Oh, seriously! Ich war doch schnell genug! Ich hasse den Tempel of Fear! Der Tempel of Fear ist so scheiße! Egal, wie schnell du bist, du bist trotzdem am Ende zu langsam. Wieso bin ich jetzt schon wieder zu langsam gewesen? Hey, Niko! Ich reg mich gerade wieder auf in dem Tempel, den ich am meisten hasse! Hey, Niko! Oh, hey, okushaimashuuu! Natürlich! Natürlich haben wir uns wieder verhakt! Natürlich haben wir wieder zu lange gebraucht! Natürlich kriegt Fox seinen Arsch nicht hoch! Ich hasse diesen! The game has no motions! Yay! Okay, geh nicht durch. Jetzt kommt... Ich glaube, ich darf den Tabel 80 bis 1000 mal machen. Es ist der Test der Angst. Der Test der Fear. Na ja, wir sind so spät. Sie ist schon aufgeregt. Äh, na komm mal. Ach komm schon! Das ist Bullshit gerade gewesen. Ich hab rechtzeitig rüber gedrückt. Ich hasse diesen Tempel. Das ist das einzige, was mich an dem Spiel so mehr an oder dermaßen aufregt. Dieser dämliche Bullshit! Du drückst rechtzeitig rüber und der Spieltank dir einfach fuck it! Das ist my world! Du musst du was ich sagen! BITCH! Das ist ein Marker. Das ist ein Marker. Ich kann es umsetzen. Auch mal umsetzen. Really, Spiel? Ich hoffe, ihr hattet heute Abend nichts vor. Na, ich krieg sie schon. Klar, wenn mir das Spiel wieder den Easy-Mode gibt... Das erste Mal hätte ich es ja hingekriegt. Das einzige Problem ist, die letzte Aktion, die ich eingetippt hat, hat das Spiel einfach nicht mehr gewertet. Das ist so eine Sache, die mich einfach daran nervt. Weil ich verstehe es nicht, wieso das bei einem neuen Controller passieren kann. Beim alten hätte ich es ja verstanden, der war ausgeleiert wie sonst was. Was, aber bei einem neuen? Oh, klasse! Jetzt bin ich rübergeschleppt! Scheiße, Schweißfinger! Scheiße, Schweißfinger! Das ist die Idee! Wir machen Pikas Woche des Aufregens! Spiele, die mich nur salzig machen! Woa, Jod! Faktor hingekrieffen! Du hast ja eigentlich nur Skyward Sword zu spielen. Ey, ganz ehrlich, danach kannst du den Krankenwagen beordern. Also, hast du überhaupt die B-Fan-Bedingungen mit den Motion Controls? Ähm... Die Runden? Mhm... Ich glaub ja... Betroff steht B-Motions Plus! Hahaha! Hahaha! Ich musste... Ja, ich denke schon... Ich bin mir noch mal... Hier ist es. Ich bin super! 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 Und ich bin super! Ich bin super! Nice! Ihr habt nach rechts gedrückt und wo ist der Regler hingegangen? Nach links. Der Chat ist so leer, alles ist so leer, alles ist dumm. Wir haben kurz nach neun, die Leute sind aus. Das wäre für nötig. Eventuell. Trotzdem, wieso baut man so einen Scheiß ein? Um Leute ein bisschen abzufacken. Das macht Raya auch. Oder besser gesagt, hat es ja gerne mal gemacht. Also ich kann mich an Benju keine Scheißstelle an, als ich so kacke war. Ach, es gab da auch schon einige. Verstehst du das aber nicht, wieso die Steine so scheiße ist und der letzte Cazor so scheiße easy zu kriegen? Was ist das denn? Was ist das denn? Noch einmal so? Nicht ablenken. Nicht ablenken. Mal warten, hm 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 Nice! Es ist schon wieder passiert! Du drückst nach rechts und der Kaiser denkt sich einfach, fuck it! V-Motion Oh nein... Ok... YouTube-Controller Ja, der jetzt denkt, es sei nämlich auch mal V-Motion Ich schlag gleich V-Motion Gibt's wieder ein Hanfteil? Es gibt den schlimmsten scheiß-fucking-Hanfteil des gesamten Spiels Kommt er aber jetzt oder war er schon? Er ist grad mittendrin Ok Ich will mich erschießen gehen Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Was ist denn passiert? Ok, der eine hat jetzt ein bisschen Damage gefahren Der Raum ist ein bisschen witzig irgendwie mit den rollenden Fässern Nice game. Du kannst mich auch am Arsch lecken. Du kannst mich kreuzweise langsam. Du kannst jetzt jede beliebige Richtung drücken, wo du willst, das Spiel reagiert gar nicht mehr. Muss man dann den ganzen Abschnitt dann wieder da hinlaufen? Natürlich! Das ist aber ein bisschen scheiße gemacht. Man hätte ja wenigstens so machen, sagen wir einen Schadenspunkt oder zwei Schadenspunkte. Warum denn? So kannst du doch einen Spieler nicht salzig machen. Des Weiteren sorgen wir auch noch dafür, dass mindestens die Hälfte der Eingabe des Controllers nicht gewertet werden. Das... Kar, hast du einen Ersatz-Controller? Mech, der Controller ist neu! Nee, okay, wenn er... Naja, neu mit Defekt. Das Spiel macht es schon die ganze Zeit so. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, wieso ich nicht bald mal den Easy-Mode kriege. Weil das Spiel einfach sich denkt, okay, ich hab dich lang genug gequält. Du kommst durch! Also wenn du einen guten Controller brauchst, ich hab drei oder zwei GameCube-Ne, drei glaub ich. Drei gutes GameCube-Controller. Wir haben vier. Zwei alte und zwei neue. Ja. Hm. Achso, man, das Ding darf einfach nicht aus dieser Spanne raus. Ja. Schon wieder! Ich drück nach rechts und das Ding läuft einfach weiter nach links und interessiert sich nicht dafür. Ja. Dann mach mal als Scherz, druck mal nach links. Ja und...